Die deutschen Athletinnen rutschen weiter nach hinten, Hinz jetzt auf 5, Preuß auf 2, Hinz 5, Hildebrand 10, Gößner 11, Gabriela Sokalova, die wollen wir ja nicht ganz unterschlagen. Auch die haben wir hier noch im Rennen alles getroffen und somit werden wir hier eine neue Führende haben. In der Zwischenzeit die beiden Französinnen gestartet, Marie-Dorand Haber, Anaïs Besson und oben eingeblendet sehen wir Gabriela Sokalova, die ja 5 Mal getroffen hat im liegenden Anschlag, nach dem ersten Schießen auf Rang 2 gelegen hat. Solemdahl muss in die Strafrunde, 3 Treffer schon. Und sie wird jetzt das Maß der Dinge, so oder so. Ja, und jetzt erst recht so, mit 10 Treffern, Gabriela Sokalova, schauen Sie unten auf die Zeit, deutlich vor Sanfilippo. Auch gut in die Saison gekommen, jetzt mit einem Fehler. Und Gabriela Sokalova, 28, hier läuft ein sehr, sehr souveränes Rennen, ganz, ganz stark. Gabriela Sokalova schon erfolgreich am Sonntag mit der Mixed-Staffel. Da hat sie auf dem obersten Podest gestanden am Ende. Fünfte war sie im Einzel, mit der sechsten Laufzeit. Und jetzt hier auf dem Weg, sich einen Podestplatz zu erkämpfen. 17,3 Sekunden, nach wie vor guter Vorsprung für Gabriela Sokalova. Und Gabriela Sokalova nähert sich. Dem Ziel wäre nach dem ersten Schießen Marie-Doran Haberg, die Führung übernommen hat, 0,5 Sekunden vor der Polin. Und da kommt Gabriela Sokalova, wird hier fair unterstützt vom schwedischen Publikum, wie alle anderen Athletinnen. Gute Stimmung, Gabriela Sokalova übernimmt die Führung. 15 Sekunden vor der Italienerin, der Überraschungszweiten, Sanfilippo im Moment. Franziska Preuß noch auf dem dritten Rhein. Auf fünf und auf sechs Marie-Doran Haberg. Da haben wir Gabriela Sokalova, Tschechin. Es wäre ihr neunter Weltcup-Sieg. Gabriela Sokalova also hier an eins. Vor der Überraschungszweiten Italienerin Federica Sanfilippo Olena Petruschna. Auf dem dritten Rang Franziska Preuß, hervorragende vierte. Dann als neunte Vanessa Hinz, zweiter Top-Ten-Platz für die Mannschaft heute. Dann 17. Franziska Hildebrandt, Miriam Gössner auf Position 18. Also. So,